Oh, oh, ach Mensch! Endlich bin ich, ich bin Vesuvio, der Patron des Feuers. Unglaublich! Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Naja. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. So ein bisschen sieht er aus dem Brennen nach Spyro oder wie ein Djinn aus Golden Sun, finde ich. Vesuvio schließt sich an. Juhu! Ja Mensch, und jetzt wird es hier ganz kalt. Ah ja. Äh, äh, ähm, 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 ja, den hatten wir schon mal, ne? Ja. Ihr Trottel, habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Äh, genau! Jetzt ist Vesuvio weg aus der Traum. Hä? Der Mana Samen. Was, was, wer, wer redet jetzt? Äh, du. Immer noch er? Ja. Ich bin total durcheinander. Der Mana Samen aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Ach, ich kann heute voll nicht synchronisieren. Das ist total scheiße, ey. Okay, warte, ich lese. Mach du mal. Frag doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Klappe! Der redet auch ganz anders. Kommt, Jungs, wir gehen! Ich glaube, letztes Mal hattest du die Jungs geredet und ich hatte den zugegeben. Ich glaube, ich glaube auch. Das war irgendwie ganz anders. Vor allem, aber ich kann mir sowieso nicht merken und heute bin ich auch irgendwie da total am, am Abkacken gerade. So, der Ofen ist aus. Der Ofen ist aus. Das Dorf ist kalt. Deswegen wolltest du erstmal weiter erkunden wahrscheinlich, ne? Ja, nur ist es zu spät. Ja, ja, wusste ich ja nicht, ne? Das sah nur wichtig aus und ich dachte... Ja, weiß ja nie was. Ja, stimmt. Hier ist noch ein Feierchen, aber... Heute bin ich einfach unfähig. Ja, ist ja nichts Neues. Sind die Leute schon gewohnt, meinst du? So, schauen wir mal hier ins Häuslein rein. Aber die ganzen... Sind die ganzen Leute verschwunden, oder was? Sind die alle erfroren mit der Kälte? Gab es die Leute nie? Sind die jetzt pisst auf uns und haben sich mit Heugabeln bewaffnet hinter das Dorf gestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch eine Kiste, eine Treasure Shest, aber anscheinend nicht. Ein Treasure Shest? Ein Treasure Shest. Ganz genau. So, hier ist nichts weiter. Kann man oben noch... Aber war das nicht Boss und Jungs hier von Mechatron hier, von diesem unterm Zwergendorf da? Ja, ja, ja. Genau. Nee, nicht unterm Zwergendorf, aber ja. Doch, da war doch das Schiff in diesem Loch. Also unter dem Zwergendorf in diesem Loch. Achso, doch, stimmt. Glanzen-Cooper? Ist hier Mario-Time angesagt, oder was? Cooper, Trooper. Komische Geräusche. Ja, gibt ja auch so ein Lied, ne? Cooper, Trooper. Siehst du, genau das meinte ich. Der war gut, ne? Ja. Hast du gehört, wie ich gelacht hab, ne? Ja, hab ich gehört. Wird der da unten? Der macht sich das so bequem, oder was? Der schläft da gerade, hält seinen Winterschlaf oder so. Macht da anscheinend schon die ganze Zeit und hat noch nie was anderes gemacht in seinem Leben. Das musst du auch für Tiere. Gibt doch Tiere, die Winterschlaf halten und so weiter, ne? Also nicht doch, natürlich gibt es Tiere, die Winterschlaf halten. Aber, aber irgendwie, das ist doch so bei denen, wenn Winter ist, dann machen die das automatisch, ne? Weil es ja kalt wird, ne? Ja. Das ist ja bei denen instinktiv. Die denken ja nicht, oh, jetzt ist gerade Winter, also jetzt mach ich mal drei Monate Winterschlaf. Ja, ja, ich helfe dir ja gerade. Und, ähm, und die Tiere, stell dir vor, die sind hier in so einem Wald, wo immer Winter ist, dann machen die ja nie was anderes außer Winterschlaf. Dann sterben die ja zwangsläufig. Also würden, also doch, die essen dann ja nichts im Winterschlaf. Weil Tiere, die in einem Winterwald leben, werden wohl kaum immer Winterschlaf machen. Ja, die, weil, weißt du, warum die das nicht mehr machen, weil die Tiere, die das gemacht haben, die sind schon lange tot. Naja. Das sind nämlich die ganzen Tiere, die sind einfach ausgestorben, als hier für immer Winter wurde. Das ist ein sehr ernstes Thema, Rieke. Ah, okay. Ja, über ernste Themen rede ich ja nicht so gerne, das weißt du ja schon. Ja, das, das weiß ich. Aber wer macht das schon, ne? Auch bei Graveyard Online und so weiter, der Schnackkast, das war ja auch... Ne, war so. Das war ein sehr extrem ernstes Thema. Wo willst du denn hin? Dann willst du nach oben, in den Norden? Ja. Da geht's ja noch weiter in den Norden. Ja. Und noch weiter in den Norden. Das ist gut, dass der hier ganz weit oben... Das sieht hier irgendwie Palast... Ja, klar, klar, hier so... Das ist ja hier der Gang zum Raffi, ne? Auch Mensch. Und dann wartet er hier... Das ist auch hier vom Raffi total clever postiert. Diese Kälte. Und ihr, was wollt ihr? Äh, kaufen? Nein, wir wollen nichts kaufen. Natürlich, natürlich. Wir wollen nämlich eine Walnuss kaufen. Warum? Nein! Na hallo, die kostet da hinten 500. Ja, ist egal, wir haben's ja... Nein! Wir haben ja das Geld, weißt du. Wow, gut Drecksack. Wir haben ja das Geld. Lebenswasser haben wir auch noch genug? Ne, brauchen wir nicht mehr. Hörst du jetzt auf, bitte. Wie ist das mit den Ausrüstungsgängen? Hörst du jetzt auf? Wir haben alles. Die haben wir. Haben wir die wirklich? Ja. Haben wir wirklich alles? Ja. Na gut. Wir haben doch noch über 50.000 Goldmünzen. Ja, ich weiß aber, wie viel die Rüstungen später kosten. Ja, da haben wir jetzt 1.000 zu viel ausgegeben. Da besiegen wir zwei Monstern. Haben wir die 1.000 wieder. Ja. Weiß nicht, wo du immer die Probleme siehst. Aber Frauen. Frauen. Aber wieso steht er hier? Das ist total nicht clever postiert. So verkauft er doch nix. Da kommen doch höchstens mal so tapfere Recken wie wir vorbei. Ja. Ja. Wenn er die ausnehmen kann. Wenn er so Deppen Geld ausgeben. Dinge, die ein Dorf weiter... Ja, das Dorf weiter, das ist aber ganz schön... Mehr als du. Das ist ganz schön weit entfernt, du. Kommst du jetzt, bitte. Wir müssen auch ein bisschen leveln. Das weißt du schon, ne? Wir müssen jetzt nicht ein bisschen leveln. Wir leveln sonst die ganze Zeit auch nicht. Ach so, dann geh ich. Ja, aber du, aber du machst hier noch die Wolke fertig. Wenn du jetzt umstehst, dann kann ich hier auch nochmal ein bisschen zaubern. Wir rushen ja hier regelrecht jetzt durch. Jetzt gehen wir jetzt schon wieder zum Raffi. Was soll denn das? Nicht der Raffi. Ja, ist ja auch ein anderes Norden. Wie, das weiß ich? Glaubst du das? Ja, das weiß. Ich dachte, ich bin doof und so weiter. Und ich weiß den Weg nicht mehr. Ich bin doch so vergesslich. Hat er sich jetzt schon wieder immun gemacht? Den Visovio, den zauberste gerne, ne? Ja. Das ist ja dein Lieblings-Gin. 2,25. Top. Oh, oh. Das ist wohl die Palastwache. Ich glaube, wir kommen jetzt in den Pilzpalast. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Nicht, dass Toad jetzt hier der Obermotz ist. Komm her. Oh, ähm. Hilfe. Ich glaube, du solltest dich heilen. Du darfst nur noch 7 KP. Ist mir gerade mal so aufgefallen. So was. Aber erst nachdem du gesagt hast, oh. Oder oh. Wurde erwischt und hab mir gedacht, hm. Könnte nicht schaden. Vielleicht. Der Tobi, der muss ja auf sowas nicht achten. Der Tobi. Der hat keine Bonbons. Ja, weil du gesagt hast, ich nie will. Ich glaube, ich finde es teuer. Bonbons im nächsten Dorf kostet immer 2 Goldmünzen günstiger. Weniger. Und jetzt werde ich schon wieder hier gedisst und beleidigt. Oh. Mal das. Aua. Ja, verprügelt ihn mal. Hier ist wieder so ein Switchy. Aber hier, vielleicht ist hier unten noch was. Toll. Ich bin da gar nicht auf den Schalter raufgegangen. Oh, Alter. Was ist das denn jetzt? Ja. Kannst du? Ja, okay. Dann gehen wir erstmal woanders lang, wenn wir da nicht langen können. Ja, wir kommen da offenbar nicht langen. Also ich bin ja auch verwirrt. Noch ein Schalter. Müssen wir alle 3 draufstehen vielleicht? Ich. Ich glaube, das geht einfach noch nicht. Vielleicht müssen wir auch erst alle Gegner besiegen. Oder den Gegner draufschieben. Nein, das glaube ich nicht. Aua. Boah, der macht uns ganz schön fertig, ne? Also die Palastwache hier vom Pilzpalast, die darf man echt nicht unterschätzen. Die machen ja auch die Schildkrötenformation. Das kannten die schon im alten Rom. Da haben sie es aber eigentlich mit mehreren Soldaten gemacht. Ja, das ist ganz schön. Hast du jetzt aber von Asterix und Obelik? Ne, das habe ich von Spartakus. Oh, ne. Natürlich. Aber klar. Und aus den ganzen historischen... Und aus den ganzen historischen Filmen, die ich so gucke. Leidenschaftlich gerne. Die dann immer so... Es gibt ja diese Rom-Filme, die dann irgendwie 5 Stunden laufen. Und die kommen immer an christlichen Feiertagen. Ja, an christlichen Feiertagen kommt auch ständig irgendwie... Scheiße. Der Film Die 10 Gebote. Ja, sowas auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele schlechte Filme. Also auf RTL 2 laufen dann ja immer pausenlos nur Katastrophenfilme rauf und runter. Und auf ProSieben und so weiter laufen dann irgendwelche Musicals, zumindest am Morgen. Die haben immer ihr ganz festes Programm, habe ich den Eindruck. Ich habe Weg gefunden. Ich bin voll schlau. Oh, ich sehe den Weg nicht mehr. Oh, jetzt doch. Oh, nein. Oh. Oh. Tobi, Tobi sieht jetzt schlauer aus als vorher. Zauber mal Vesuvio auf mich. Nein. Wieso nicht? Dann wird mir wieder warm ums Herz. Kann ich auf Partymitglieder zaubern. Die Angriffs-Zauber. Ach so. Geht's mir. Ich bin so eiskalt. Also der Tobi jetzt. AAAAAAAH! Der hat über 200 abgezogen und der lebt noch. Ach du Schande. Der Tobi lebt auch noch, obwohl er schon zweimal Schneemann war. Ist. Wow, alle drei. Tja, kannst nichts machen, wa? Ach so. Nee. Was machst du? Hä? Ich musste gerade meine Karotte richten. Jetzt hast du irgendwas gedrückt. Oh. Bei der Ische. Nee. Was? Doch. Du hast. Ich hab. Du bist im Menü. Wie komm ich da hin? Ach so, nee. Das ist nur. Ach so. Ach so. Das heißt, ich könnte dich sogar unterstützen im Kampf, wenn ich sehe, oh, du brauchst ein Bonbon. Aber leider hab ich keine Bonbons mehr. Das wär dann bestimmt möglich. Das wär dann bestimmt möglich. Oh, die hat auch keine mehr. Joa, was machst du jetzt? Eine Walnuss, wie immer. Aber eben noch meckern. Jetzt hätten wir normalerweise keine mehr, aber zum Glück hab ich welche gekauft. Ja, dann würde ich jetzt ein bisschen sparsamer damit umgehen. Und? Wo ist das Problem? Ja, 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 ja. Das sind immer diese Ausreden. Ja. Um keine einzige verlegen. Weil es darf sich nicht teilen. Damit ich nicht Schneemann werde. Er darf sich nicht teilen. Ja, gut. Ja, deswegen hab ich ihn auch umgebracht. Schweingart. Da holst du direkt rum hier. Nee, komm, weißt du, wir gehen einfach mal weiter. Okay. Trainieren müssen wir ja nicht. Wir sind schon hier auf Max-Level. Wir sind schon super gut. Ja, wir haben hier so viel gegrindet. Schande, warum laufe ich denn da rein? Bin ich doof? Ich bin ein Schneemann. Bin ich doof? Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Achso, ich bin ja, achso. Ich dachte, ich bin Schneemann. Ich bin schon wieder ein Schneemann. Ich dachte, ich bin ein Schneemann, aber ich bin ja gar kein Schneemann. Ich dachte, ich bin das. Hilfe. Da siehst du mal, wie gut ich aufpasse gerade. So, lass es gehen. Ach, bist du auf den Schalter gegangen? Ja, ich war mal so schlau. Siehst du, das hab ich auch schon wieder gar nicht richtig wahrgenommen. Heute nehm ich gar nichts wahr. Das ist schlecht. Stell ihn mal auf den anderen Schalter. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Ha, siehst du? Die auch. Ich bin voll clever. Die eine Aufgabe. Klaros! Wer ist er denn? Sie denn? Sieht aus wie von Portal oder so. Wie vom Portal, ja. Ach, guck mal. Alter, die haben ja voll geklaut hier. Portal gibt es uns. Komm, wir gehen. Ja, ja, ich komme. Ich bin ein Schabler. Ich bin ein Schabler. Ich lese gerne Bücher. Böse Bücher. Eigentlich kann der Tobi ja keine Bücher töten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der sowas macht. Hä? Achso. Ja, weil der Tobi Bücher doch so über alles liebt. Äh, ich würde sagen, da kann man nicht durch. Was ist denn das für ein Huibu? Komm mal hier lang. Ja, ich würde gerne, aber es geht gar nicht weiter. Ja, ich bin auch gerade nicht in der Möglichkeit, sehe ich mich außerstande. Jetzt wieder doch nicht mehr. Und da kommt wieder eine Frostywelle. Ganz schön kalt. Du solltest dich nochmal wieder heilen. Ja. Habe ich gerade vor. Ja, siehst du, denkst ja doch mit. Denkst ja doch mit. Denkst ja doch mit. So, jetzt kommt die Ische gleich wieder nicht um die Ecke. Ische, komm. Ische, Ische, Ische. Ische, Ische. Ische, Ische. Komm, wir rennen mal so ein bisschen hier. Ja, genau, genau. Die Geister sind voll gastig. Irgendwie scheint mir das wie so ein halbes Labyrinth zu sein. Das Labyrinth finde ich total kacke. Irgendwie ist das Labyrinth jetzt vorbei, weil ich gar nicht weiß, wo wir jetzt hin sollten. Hinkönten. Und die Geister, die nerven ziemlich. Und ich glaube, ich kann die nicht angreifen, ne? Nee, die kann man nur mit Zauber. Toll. Da ist der Tobi mal wieder nutzlos. Ach, hier geht es lang. Ich war schon halb verzweifelt. Ische. Ja, wir benutzen jetzt auch keinen Zauber oder so. Kann die Ische bitte sterben? Ja, aber die Ische, bei der Ische bitte nicht. Ja, am Ende schon, weil die hat ja Heilungszauber etc. Schande, die ist ja doch nur nützlich, ey. Scheiße. Oh, und hinter uns hat sich der Gang geschlossen. Ich dachte gerade, oh nein, scheiße. Jetzt habe ich aber ganz schön Angst um mein Leben. Also mein virtuelles hier. Willst du nicht die Bücher besiegen? Oh, das Buch macht ein Energieschild. Ganz gefährliches Buch. Toll, das war ja eine super Idee, ne? So, komm mal her, komm mal her. Ganz sinnvoll. Oh nein. Oh, hier aus Zelda. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, hier sind Herzen. So, direkt, komm. Sind die nervig? Weg damit. Sind die stark? Pam, 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 pam. Dude. Ja.